Also ich finde es klasse, dass Online-Studenten schon ein anderes Standing haben, wenn sie hier anfangen. Sie sind nicht mehr nur auf der Suche, sondern die haben schon ein bisschen mehr den roten Faden des Lebens durchdrunken. Auf die Jahre der Hochschule bin ich aufmerksam geworden, weil ich einen Studiengang gesucht habe, der zu unserem Familienprofil passt und für uns als Familie mit einem Alleinverdiener bezahlbar war. Unsere Absolventinnen und Absolventen werden gerade aus dem Online-Studium besonders gern genommen, weil sie bewiesen haben, dass sie sich durchbeißen können, dass sie ein Ziel über mehrere Jahre verfolgen und natürlich auch modernste Kommunikationsmittel erfolgreich einsetzen. Für manche Stellen ist ein akademischer Titel einfach Voraussetzung und aus diesem Grund studiere ich einfach und möchte nach dem Studium dann einfach mal gucken, was sich ergibt. Weil ich hoffe, wenn ich das Studium eben jetzt in dieser Zeit fertig bekomme, wo mein Kind noch klein ist, ich dann später, wenn ich wieder wirklich voll ins Berufsleben einsteige, bessere Chancen habe auf einen wirklich guten Job und eine gute Position gegenüber den jüngeren Mitbewerbern. Das Online-Studium hat den Vorteil, dass Sie lernen können, wann und wo Sie wollen. Wenn Sie um 8 Uhr morgens nicht besonders gut funktionieren, können Sie gerne auch um 12 Uhr mittags erst anfangen zu lernen und das ist, glaube ich, super. Die hohe Nachfrage nach den Online-Studiengängen zeigt uns, dass es gute Studiengänge sind. Studierenden stimmen mit ihren Füßen ab und wenn sie zu uns laufen, wenn sie diese Studiengänge annehmen, dann sehen wir, dass wir ein gutes Angebot am Markt haben. Die Präsenztage in Wilhelmshaven sind für mich ein absoluter Genuss, weil ich zu Hause mal rauskomme und weil ich den Kontakt auch mit den Kommilitonen dann habe. Man ist dann auch für diese zwei Tage an einem Ort und erlebt vielleicht diese Tage intensiver. Man lernt neue Leute kennen, man macht schon erst das Networking. Wenn ich Probleme mit den Skripten habe, ist es natürlich einfacher, wenn man wirklich jemanden an der Tat versteht hat, der einem das erklärt, als wenn man es wirklich ganz stumpf einfach nur abliest. Aber dementsprechend haben wir die Professoren, die können wir anschreiben. Wir haben mit den Skype-Konferenzen, wir können die anrufen. Also wir haben wirklich so viele Möglichkeiten, die auch wirklich zu packen, wenn wir sagen, so jetzt brauchen wir eure Hilfe. Man findet Wege, wenn man möchte. Online zum Bachelor oder Master? Für weitere Infos klick auf jade-hs.de Slash Online-Studium WvL-Bei-VL WVL-Bei-VL WVL-Bei-VL